Dienstagmorgen 8 Uhr begann die Firma Peifer aus Mönchengladbach Bahn für Bahn des neuen Rasens zu verlegen. Dieser wurde in der Nacht vom Montag zum Dienstag in Schwerin geerntet und ab 4 Uhr auf den Weg nach Jena verschickt. 25,40 Tonner waren nötig, um die rund 7200 Quadratmeter Rasen zu transportieren. Jede Rolle hat ein Eigengewicht von einer Tonne. In Anbetracht dieser Tatsache war es erstaunlich, in welchem Tempo der Rollrasen verlegt wurde. Lediglich eineinhalb Tage dauerte es, um das komplette Spielfeld mit Rasen zu bedecken. Bis auf ein paar kleinere Arbeiten ist das Thema Spielfläche damit dann erst einmal abgeschlossen. Die Firma Streicher muss dann im Westen und im Süden noch die Boten setzen, die aktuell noch fehlen, und die Wasserrinnen noch setzen. Und wir müssen noch die Eckhülsen einbetonieren und die neuen Torpfosten einbetonieren. Das wird aber alles mit lasergesteuerter Technik eingemessen. Dass das alles ordentlich symmetrisch ist und dann sollte das Thema Rasen erstmal Geschichte sein. Wenn der Rasen erst einmal liegt, lässt sich nur noch erahnen, welcher Aufwand hinter der Erneuerung der Spielfläche steckt. In den vier Wochen Bauzeit wurde die sechs Zentimeter hohe Rasenfläche abgetragen und entsorgt. Die zehn Zentimeter starke Tragschicht des Rasens wurde recycelt und mit Lavasand behandelt. Danach wurde in frostsicherer Tiefe die neue Bewässerungsanlage eingebaut und anschließend die neue Rasenheizung installiert. Diese bietet im Gegensatz zur alten, die im Boden verblieben ist, erhebliche Vorteile. Die neue Rasenheizung liegt erstens weiter oben als die alte Rasenheizung. Das heißt, die alte Rasenheizung lag ungefähr bei 25 bis 30 Zentimetern und die neue Rasenheizung liegt oben bei 15 Zentimetern. Die Abstände von den Heizungsrohren sind auch viel enger zusammen, sodass jetzt weniger Erdmasse durchwärmt werden muss. Und die nächste Besonderheit ist, dass man ja in so einem Zunstadion extrem mit Schattenwurf im Winter zu tun hat. Und die neue Rasenheizung kann man jetzt in Segmente abschiebern, sodass man zum Beispiel nur den östlichen Teil, der durchfroren ist, beheizen kann. Und der Rest wird dann von der Sonne aufgetaut. So ist die extrem energiesparend. Außerdem kann die Rasenheizung im Sommer auch als Kühlung dienen und somit sicherstellen, dass das Grün ganzjährig optimale Bedingungen hat. Rein theoretisch könnte der Rasen aufgrund seines Eigengewichts sofort bespielt werden. Aber um sicherzustellen, dass er richtig verwurzelt und anwächst, wird er mindestens 14 Tage geschont. Schließlich sollen die Fußballer des FCC beim ersten Spiel auf dem neuen, heiligen Grün, perfekte Bedingungen vorfinden.